Servus Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria zusammen mit Matze Servus Jo und wir haben hier grad eben irgendwie einen neuen Typen entdeckt und zwar heißt der, ich suche mal da, Lorenzo Oh ja Oh ja Und der hat was ganz schönes, dass er uns irgendwie Farbe oder sowas Also ich könnte mir schon denken, was man so daraus machen kann, aber Ich will da jetzt nicht Unbedingt Da schon wurde ich drin Ich bin schneller, ich bin schneller Okay Ich will die aber Ja ich könnte mir denken, man kann irgendwie das Haus ausstreichen, so von innen zumindest Na, da Was? Moment, das muss ich mal lesen Hä? Grad neben stand was aus Hast du schon lesen? Ja Okay Ich bin ganz aus Pitanweiß Also nicht einmal brav Okay Warte Versuch Swirly, Rosa und Lila, es funktioniert, ich schwöre Ich schwöre Ich schwöre Ich schwöre Ich schwöre Was hat er gesagt? Swirly, Rosa und Lila Was heißt eigentlich Swirly? Was heißt eigentlich Swirly? Was heißt eigentlich Swirly? Machst du doch wissen Es gibt kein rosa, es gibt nur pink Ich meine in meinen Augen ist es dasselbe Ich meine in meinen Augen ist es dasselbe Es gibt ja so Leute die sagen, nee das ist ein nettes Elbe Ja Und das sind meistens weibliche Personen Ja Und das sind meistens weibliche Personen Pfff Hüpf 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 Ach du Scheiße Jetzt haben wir Jetzt haben wir die Hunden hier unten den Kettel fast voll mit Da sind Hasen und Viecher Ja genau, Mats wird gleich wieder Akro und tötet erstmal den ganzen Kranz da aus Oh ja Das ist doch nett Sollte sich ihr eigenes raus bauen? Bau, bau Alter Ja Ja Jetzt ist kein Schnauze Hier Jetzt Ja Mit dem Bauern komme ich immer noch nicht so richtig zurecht bei Terraria Irgendwie das Ach ja ok Kriege ich nicht so hin Guck mal siehst du den rosa Punkt da Da wieder Was es da ist Hier direkt über mir Ach so ja Ach das ist sch... Ah ok Die Farbe ja Das ist lächerlich Ja Ja Schon ein kleines bisschen Pro... Pro Farbe Also Farb... Pixel sag ich mal Aber viel mehr ist es ja nicht Zahlt man 25 Kupfer Alter Alter Watt... Ja ok Nun sag ich Guck wo geht der noch Alter Wollen die mich verarschen? Da ist grad schon wieder irgendwo eine Sternfilmbrunde gekommen Ja Auf dem Dach Auf dem Dach Auf dem Dach Wollen ich kann sie nicht holen Soll ich sie holen? Ja Wenn sie herkommen Ich weiß noch nicht was sie gut sind aber Also man kann irgendwie Irgendwas werden die später... Das... Könnt sie ja so mal leben herkommen vielleicht Achso ja So Ok wat Wollen wir halt eigentlich machen? Ich glaub wir wollen... Alter Die Tür auf Lass mal rein So ich bin graben Fuck Ja Scheiß flackern Ja Ich begeb mich einfach mal in die Tür Oh mach das Ich bleib noch ein bisschen weiter... Oh blö 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 Bleib doch runter, Alter Ja genau Ok Noch ein bisschen oben Ähm Matze macht erst noch ein bisschen nö 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 So Gucken wir mal was... Was Alter ich kann nicht reden heute Ja ich merk's schon Nö Ist egal Ich will jetzt gucken für was ich dann schnuppen das Also ich weiß es gibt auf jeden Fall irgendeinen Trank wo man Ähm Sein Mana erhöhen kann Ok Die Maschelung Den man machen kann Ähm Weiß ich nicht ob man den machen kann Ich vermute es mal Ok Er tut mir nicht Ja schon Wir hätten bevor wir Bevor wir hier unsere Sachen reingebaut haben So Campfire und Amboss und so Zeug Den Boden machen Äh den Boden rein machen müssen Warum? Weil das dann alles jetzt weg geht wenn ich Den Boden reinhauen möchte Achso Oh Gott Und Blatten Boah Diese Klär regt mich ein bisschen aus Ja Mats hat sich das nicht auf Und so mit deinem bisschen Nö Nö Was hast du meine Zum Orangen Farbstoff machen Okay Stimmt wir können Farbe ja auch selber machen Ok und was? Dann müssen wir dann diesen Ich weiß gar nicht wie er heißt Den alten Sack da Ach dieses Milchen oder was? Da wo oben rumrennen Ich glaube ja Bei uns Ich glaube ja Bei uns Ähm Ach ich komm auch mal runter Ja Ja die Fledermaus Lol Loll Deine Spattkratzer und Haar so übelhaft Alter Oh je Oh du Alter Du verarschst mich doch Oh 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 Junge Das war nicht so gemein Oh Das war klaus Oh ich natürlich hier wieder Ach fucks Ähm Ich natürlich hier wieder Der Oberpro Nö So Gar keine Ich bin natürlich wieder der Genau Mutter of God Ja Oder Vater of God Ja Gott Vater Ja genau Der Dog Wuhu Ach Wut Nein Ach Ich bin wieder diese hessigen Kledermäuse Oh Ach Scheiße Ich füße mich jetzt schon wieder auf Alter, ich bin so gut Das war echt krass, dass du jetzt mittags hier Hallo, ach du rennst da hinten Ich hab dich auf dem Schirm, Redi Naja Ich hab dich auf dem Schirm Naja Und du Scheiße baust, gell? Wie steht das? Ich weiß Deswegen Wenn es steht Ich wär fast drauf gegangen, aber das hast du wahrscheinlich nicht gesehen Nö Sowas siehst du wieder nicht, ne? Äh Ne, ne So Ich bau mich mal wieder in die andere Richtung Also man merkt vielleicht, dass der Enterhaken mein Lieblingsspielzeug geworden ist Ist auch einfach geil mit so einem Enterhaken Für was erscheinend, die Flaregang macht ja eigentlich keinen großen Schaden Irgendwie Eigentlich gar keinen Ja, die macht kaum Schaden aber Die stein nicht mehr da Dass du irgendwas ausweichen kannst Ja, richtig Ja, zwei Okay Okay Okay, ich mein schon aus Was ist das? Das ist ein Stein? Nein, ich hoffe mal Da oben hängt Und Tokas LOL Alter So ein Scheiß aber Guck mal was da oben hängt Ah, da hinten Ich seh dich Und ich bin... Weiß ich gar nicht Irgendwo In Nirgendwo Ich bin hier Ui Okay, das Ding ist auch nicht schlecht Hängt doch mal Da hängt doch mal Silber Ernst Ja, was? Silber Ernst hast du letztes Mal glaub ich auch ziemlich viel geklopfen Ja Ich glaub Ich glaub Ich glaub, da war irgendwo Ach, ich hab... Also Silber... Ja, da war irgendwie... Achso, ja doch, da hab ich... Ja, 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 ja Ich weiß gar nicht, ob ich das komplett geholt hab Ich glaub schon Schande über dich, wenn nicht Schande über dich Voila Voila Voila